Liebe Kusler, ich stehe hier auf dem Messeplatz, im normalen Leben Parkplatz und dieses Jahr an der Messe auch Parkplatz. Die Herbstmesse findet nicht statt, das wissen Sie, das haben wir schon kommuniziert. Aber wir haben uns überlegt, dass wir doch ein wenig daran erinnern wollen. Es findet etwas im Netz statt, dort können Sie privat Messe feiern und an den Messenbegebenheiten teilhaben. Die IG Kusel macht samstags einen langen Verkaufstag und wir haben einen kleinen Biergarten auf dem Kochschen Markt und auch dort einen Frühschock. Natürlich Corona-bedingt nur mit Anmeldung, das werden Sie alles informatorisch erhalten. Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr wieder gemeinsam feiern können und die entsprechende Nähe auch dort wieder finden werden. Gleichwohl wollten wir nicht alles ganz wegschweigen, sondern uns an die Messe erinnern und das auch noch mit einem kleinen Feuerwerk am dann-eigentlich-nicht-messe-Samstag. Ihnen alles Gute und seien Sie nach wie vor vorsichtig bei Corona.